Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Heute spielen wir Among Us und wir sind leider Crewmate. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, also eine positive Wertung, wenn es euch so gefällt. Und ja. So. Oh nein, nein, nein. Nein, du kippst mich nicht. Oh. So. Wie ein Crewmate, Kacker. Okay, let's go. Hoffentlich werden wir nur nicht gekillt. Oh nein, nicht wie er weiß. Meistens traue ich nicht mehr. Das ist unfair von ihm gewesen, mich einfach umzubringen, so kaltblütig. Mann! Okay, dieses Mal sterbe ich nicht sofort, weil ich nämlich Impostor bin. Junge! Komm. Habe ich eine Task dort hier. Ups, sorry für die Legs, Leute. Diesmal sterbe ich nicht irgendwo. Ich bin richtiger Überlebenskünstler. Ich meine, alle, die hier sind luschen. Mhm. Ich nicht. Ich nicht. Natürlich. Ich frage mich, ist das, das ist doch dumm, dass der Impost da, aber alle Kinder meint, müsste er dann alleine den ganzen Raumschiff steuern. Er wird im Grunde selber sterben, weil er die ganzen Aufgaben alleine nicht schafft. Das ist klar. Aber das, wieso, hä, ich will, ich, ich bin dumm, leid. Oh, ist ich mein Name, das bin ich nicht. Oh! Äh, was habe ich jetzt hier gemacht? Ich habe gerade Orange geworfen, weil er Orange geschrieben hat. Wieso schreibe ich all wrong? Bin ich dumm, Alter? Ich bin so leicht zu Dings dann zu manipulieren. Er war es nicht. Es ist safe. Es ist safe. Hellblau. Safe, Leute. Ich sage euch zu ein Prozent. Komm. So. Upload. Uploade schneller. Uploade schneller. Ich muss rennen. Run. Run. Und jetzt habe ich nicht gestorben. Okay. Cool, oder? Ich kann da nicht. Ich habe Angst. Das ist klar. Bitte bringt mich nicht um. Das hoffe ich doch so sehr. Wieso singe ich? Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr bei eurem ersten Türchen, ich weiß nicht, ob es gestern oder heute war. Ich glaube, heute ist mein erstes Türchen öffnet. Ähm. Was ihr so bekommen habt. Ich habe ein Playmobil-Ding bekommen. Da habe ich, ja, Playmobil-Sachen bekommen. Aber ich habe noch ein Türchen geöffnet. Weil ich öffne nicht immer alle. Aber diesmal eins. Also, er schreibt einen Reaktor. Den ist die Union. Wir haben verloren. Ah, wir können auch nicht on you. Ah, ich bin ein bisschen dran. Kommt ihr. Mann, immer, weh ich. Ja, immer. Ich bin hier so ein kleiner Fettsack. Aber ich mache hier meine Faufen. Junge. Jo, Leute, ich bin ja in einer anderen Lobby. Weil die haben mich alle, alle einfach abgeschlachtet. Wirklich alle. Ich bin dreimal, nein, nicht hintereinander, aber ich bin dreimal gestorben. Wie bin ich dreimal gestorben, Leute? Ob der Titel wird, ich bin das größte Opfer. Ja, das wird mein Titel. Aber, Leute, ich würde auch sagen, das war es noch mit der heutigen Episode. Und ciao, Leute. Ja, das war es noch mit der heutigen Episode.